Joko Winterscheidt verrät, er wäre kein guter YouTuber geworden. Der Moderator hat zusammen mit Klaas Häufer Umlauf in den vergangenen Jahren große Erfolge im deutschen TV gefeiert. Doch ob er auch auf der Videoplattform YouTube ähnlich erfolgreich gewesen wäre? Ich weiß nicht, ob ich als YouTube-Star erfolgreich gewesen wäre. Ich bin froh, eine Redaktion zu haben, die mir sagt, was gut war und was nicht. Und nicht alleine vor einer Webcam zu sitzen, erklärte der 38-Jährige gegenüber dem Neon-Magazin. Na, das klingt doch auch schon wie ein Lob an die YouTube-Gemeinde, die auf sich allein gestellt Content produziert. Wir sind allerdings sicher, Joko wäre auf YouTube auch verdammt gut unterwegs.